Wenn man Sterbende fragt, was sie rückblickend an ihrem Leben am meisten bedauern, so kommt in großer Übereinstimmung zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit mit der Familie, mit den Freunden verbracht. Damit geben sie uns, die wir noch am Leben sind, die Anleitung zu einem erfüllten Leben. Wir realisieren, dass wir soziale Wesen sind und dass uns Kontakte zu unseren Kindern, zu unserer Partnerin, zu unserem Partner, zu unseren Freunden wichtig sind. Und diese Kontakte brauchen vor allem eins, Zeit. In diese Zeit hat uns die ÖVP-FPÖ-Regierung mit dem 12-Stunden-Tag und der 60-Stunden-Woche genommen. Deshalb fordern wir, die FSG, von der Regierung unsere Zeit wieder zurück. Wir wollen eine Abschaffung des 12-Stunden-Tages und der 60-Stunden-Woche und wollen hin zu einem 6-Stunden-Arbeitstag, wie er in anderen Ländern bereits üblich ist. Wir, die sozialdemokratische Fraktion der Arbeiterkammer Tirol, sind für dich da.